Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich Krypto-Trading zu tun hat. Wir traden bei Bitcoin bei 24.338 US-Dollar, haben fast unsere 25.000 Dollar angetestet. Bei 24.800 Dollar war erstmal wieder Feierabend. Was für heute wichtig wird, erfährst du jetzt in diesem Video. Denn wir müssen uns ein was ganz genau nämlich nochmal anschauen. Zum einen erstmal, was können wir jetzt von Bitcoin erwarten? Zweitens, was wird Binance CSET machen? Denn Binance hat angekündigt, eine Milliarde US-Dollar in den Markt zu pumpen, um diesen Markt zu stabilisieren, vor allem die Stablecoins. Ich bin auf die Suche gegangen zu dieser Adresse, wo liegen denn im Moment die eine Milliarde? Sind sie vielleicht hier schon reingeflossen und haben diesen Pump verursacht? Das erfährst du auch noch in diesem Video. Deshalb gerne dranbleiben, bis zum Ende einfach durchschauen und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Let's go! Alright, gut! Also wir sind auf dem 4-Stunden-Chart. Gehen wir erst ins Technische und dann gehen wir in die Informationen zwecks diesen 1 Milliarden US-Dollar, die hier jetzt anscheinend in den Markt reinfließen sollen. Schauen wir uns das Ganze jetzt erstmal hier an. Was ist im Moment passiert? Wir hatten hier unten diese kleine Konsolidierungsphase. Ja, war dann auch hier zu Schulden gekommen, zwecks der FUD, die dann auch herrscht. Da haben wir das Silicon Valley Bank und so weiter und so fort. Da habe ich gestern ein ganz, ganz ausführliches Video dazu gemacht. Wer das noch nicht angeschaut hat, sollte das auf jeden Fall mal tun. Ich denke, dass mit der Silicon Valley Bank alles jetzt erstmal geklärt ist und soweit die Informationen rübergebracht worden sind. Man muss noch eins dazu sagen, der Bankrun ist bisher ausgeblieben. Also zumindest hat man bei Social Media nicht großartige Meldungen gesehen, dass jetzt hier ein sehr krasser Bankrun in den USA startet. Also das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass das erstmal hier ruhig geblieben ist. Aber diese Meldungen, dass die Silicon Valley Bank dann von der FED gerettet wird und die Einlagen sozusagen gesichert sind für die Kunden, gab es dann hier auch nochmal einen schönen Pump auch auf dem traditionellen Markt und somit dann auch nochmal schön auf unserem Bitcoin Preis. Im Moment, wie gesagt, traded Bitcoin bei 24.300 Dollar. Was allerdings jetzt sehr spannend ist, ist nämlich folgendes. Und zwar habe ich diese wichtige Widerstandszone hier für euch eingezeichnet. Und diese wurde jetzt hier schon dreimal hintereinander auf dem 4-Stunden-Chart angetestet. Auch der 4-Stunden-Chart hat genau hier mit dieser großen Kerze hier perfekt hier oben geschlossen. Also genau an diesem WIC, den wir hier uns eingezeichnet hatten und hat dann hier in den nächsten 3-4-Stunden-Kerzen hier immer wieder das Ganze als Support bestätigt. Das bedeutet kurzfristig für den heutigen Tag gesehen sind die 24.000 Dollar ein sehr, sehr wichtiges Level. Wir schauen uns dann auch nochmal gleich die Liquidität an. Wo liegt denn die Liquidität? Was können wir da erwarten? Also das auf jeden Fall jetzt hier sehr wichtig auf dem 4-Stunden-Chart. Man muss allerdings dazu sagen, wir sind leider im 4-Stunden-Chart wieder massiv überkauft. Immer wenn wir in diesem 4-Stunden-Chart massiv überkauft sind, das seht ihr nämlich dann auch mal an dieser Stelle war das zum Beispiel, muss man nochmal mit einer Korrektur rechnen. Was mir im Moment überhaupt nicht gefällt an dieser Sache ist folgendes, dass wir hier eine sehr große Vector Candle hier unten haben und dann hier unten nochmal Richtung 20.323 Dollar auch nochmal eine Vector Candle. Das bedeutet, diese Vector Candles sind für uns jetzt erstmal kein gutes Zeichen. Warum nicht? Weil die Market Maker ganz genau wissen, dass in diesem Bereich hier sehr viele Long Positionen aufgemacht worden sind. Und um neue Liquidität in den Markt reinzubringen, ist es natürlich für die Market Maker sehr lukrativ, das ganze Ding hier nochmal nach unten abzuverkaufen, zumindest mal kurzfristig nochmal hier reinzukommen in diese wichtige Zone, die sich im Moment eigentlich von 24.000 sogar bis runter zu 22.500 Dollar hier erstmal befindet. Also im Moment, das ist so ein bisschen ein Katzenmausspiel von den Market Makern. Passt auf, lasst euch da nicht reintriggern und vor allem ganz wichtig, wenn ihr in Long Positionen seid, die ihr hier unten aufgemacht habt, es ist immer nie verkehrt, Profite zu realisieren. Vor allem nicht in dieser Marktphase. Es braucht nur eine News wieder von den USA und der Markt schmiert hier möglicherweise wieder komplett ab. Deshalb bitte, wenn ihr hier in Positionen seid, ich bin auch in einer großen Long Position, nimmt Profite raus. Das ist unheimlich wichtig. Profite realisieren, dass du einfach sagen kannst, okay, das was ich habe, das habe ich, das kann mir keiner mehr nehmen. Gehen wir noch kurz auf den 15 Minuten Chart. Für euch Daytrader schauen uns das Ganze auf den 15 Minuten Chart an. Wir sind gestern in den Live Stream gegangen, haben gesagt, okay, möglicherweise könnte hier so ein kleines Double Top entstehen, aber durch diese längere Konsolidierungsphase, die man dann hier jetzt gesehen hat, ist dieses Double Top erstmal ad acta gelegt worden, was allerdings sehr interessant war, war folgendes, und zwar dieses wichtige Level und die 24.419 Dollar auf den kleineren Timeframe für euch Daytrader auf dem 15 Minuten Chart solltet ihr auf jeden Fall erstmal im Auge behalten. Das seht ihr nämlich hier auch nochmal ganz gut, ein bisschen genauer einzeichnen, so, zack. Also das bedeutet, wir hatten hier einmal Widerstand, nochmal Widerstand an dieser Stelle, dann auch nochmal am heutigen Tag mit einer Vector Candle Widerstand, um dieses Hoch nochmal anzutesten, wieder nicht geschafft, dann sehr explosiven Move nach oben mit einer Vector Candle, und schaut euch das an, was passiert ist, die wurde instant, sofort sind die Bären dann wieder reingekommen, die Bären wollen nicht, dass wir auf die 25.000 Dollar gehen. Meine Meinung ist, wenn wir über 25.200 Dollar dieses Mal kommen, werden wir das Ganze durchbrechen, und höchstwahrscheinlich Richtung 26.000, 27.000 Dollar nach oben gehen, aber dafür müssen wir nachhaltig die 25.200 Dollar nach oben hin erstmal durchbrechen. Im Moment Daily Open, wir gehen hier hoch, haben das Daily Open noch nicht angetestet, ein kleiner Test hier runter aufs Daily Open, somit auch auf den 50er EMA halte ich für durchaus wahrscheinlich. Sollte das für heute hier nicht halten, müsst ihr damit rechnen, dass wir kurzfristig auf den Pivot Point hier gehen, und der Pivot Point liegt genau hier unten auf dem 15-Minuten-Candle, die wir hier hatten, mit einer Vektorkerze. Also das ist jetzt wahrscheinlich auch kein großer Zufall, das heißt, da kommt jetzt wieder einiges zusammen, genauso auch hier dann der 100er EMA auf den 15-Minuten-Chart kommt hier auch nochmal rein. Also du siehst, auf diesem Level hier unten muss auf jeden Fall heute der Bounce kommen. Wenn das nämlich dann nicht der Fall sein sollte, rechnet damit, dass die ganze Bewegung, die wir hier gestern gesehen haben, komplett wieder abgebaut wird. Kurz noch für die eigene Sache, wenn du hier natürlich Bock drauf hast, würde ich mich sehr drüber freuen, wenn du auch nochmal für mich abstimmst. Das heißt, ich bin nominiert für den Black Bull Award 2023. Link findest du unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Lass dir gerne deine Stimme da und zwar einfach BTC Moneymaker hier auswählen, der dritte von oben, dann Vorname, E-Mail eingeben und dann auf Abstimmen klicken. Würde mich sehr drüber freuen. Letztes Mal haben wir den dritten Platz gemacht. Es sind dieses Mal sehr, sehr große Communities dabei. Vielleicht schaffen wir es ja wieder aufs Treppchen. Würde mich auf jeden Fall über deine Unterstützung an dieser Stelle erstmal sehr drüber freuen. Des Weiteren gehen wir jetzt erst nochmal kurzfristig auch hier in den Wirtschaftskalender. Denn im Wirtschaftskalender wird es heute auch nochmal interessant werden, nämlich Dienstag. Heute kommt die Inflationszahlen raus. Um 13.30 Uhr, denkt daran, die Börsen machen schon um 14.30 Uhr auf, weil die USA schon ihre Zeitumstellung haben. Bei uns dauert es wieder ein bisschen. Wenn wir dann die Zeitumstellung haben, ist es dann wieder 15.30 Uhr Eröffnung, aber sonst jetzt für die nächsten zwei Wochen 14.30 Uhr. Das bedeutet, die wichtigen Wirtschaftsdaten kommen eine Stunde früher, also um 13.30 Uhr schon raus. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, um 13 Uhr gibt es einen Livestream auf meinem YouTube-Kanal. Genau hier, wir schauen uns live die Inflationsdaten an. Denn das hat massive Auswirkungen auf den traditionellen Markt und somit auch auf unseren Bitcoin. Wenn wir hier diese 6,0% bestätigen und besser sind wieder als der Vormonat, dann gehe ich davon aus, dass wir hier wirklich einen sehr starken, volatilen Move im traditionellen Markt sehen und somit dann auch bei unserem wichtigen, wichtigen Bitcoin. Gut, also das für den 15-Minuten-Chart. Schauen wir uns noch ganz kurz hier das Ganze auf dem Tageschart an. Gehen wir hier einfach mal ganz kurz rein und schauen uns hier auf dem Tageschart im Moment an, wie es im Moment aussieht. Und Leute, ihr seht es, das sieht mehr als bullish aus. Ihr seht es hier auch nochmal ganz gut. Wir müssen es halt jetzt genau über diesen wichtigen, über dieses wichtige Top hier schaffen. Wenn wir das schaffen, geht es auf den Tageschart. Einmal hier nochmal diese Vector-Candle abholen, dann ist das Preisziel 26.549 Dollar. Und du weißt ja, ich habe euch auch schon immer wieder gesagt, wenn wir dann hier oben reinkommen sollten, geht es relativ schnell. Wir haben hier eine massive Minus-Distribution für den Bitcoin-Preis. Und der nächste Volumenwiderstand würde erst bei 30.000 Dollar kommen. Vorab dann erst nochmal ganz kurzfristig der 800er EMA. Der liegt im Moment bei 27.500 Dollar. Also das kann wirklich ratzfatz gehen. Bitcoin hat gezeigt, wir haben gestern auch im gestrigen Tag mal kurz einen 2.500 Dollar Move hingelegt. Also das ist durchaus denkbar, dass wir auch hier wieder durchaus so einen Move hinlegen. Das waren sogar 4.200 Dollar, sorry dafür. Und somit würde uns das Ganze auf 30.000 Dollar katapultieren. Man muss dazu sagen, im Moment ist es eigentlich vollkommen verrückt. Es findet ein Bankruns statt, möglicherweise eine nächste Bankenkrise 2.0 und so weiter und so fort. Und die Märkte pumpen ohne Ende. Vielleicht so ein kleiner Fake Pump. Lass es mich gerne wissen. Was ist deine Meinung? Schreib es gerne unten rein in die Kommentare. Ich persönlich habe mir auch bei Twitter schon ganz genau erklärt und gesagt, was ich nämlich davon halte. Können wir nämlich auch nochmal ganz kurz jetzt hier reinschauen. Und zwar hier bin ich ja auch auf Twitter sehr aktiv unterwegs. Und ich habe dann auch gestern hier nochmal reingeschrieben, was ich im Moment von ausgehe. Das heißt, meine Prognose für die nächsten Tage. Die SVB wurde gerettet. FED springt mit Milliarden Dollar ein. Das haben wir gesehen. Die FED muss wieder Geld drucken, um Rettungspakete zu finanzieren. Falls es nochmal zu einem Bankrun kommen sollte, fehlt Liquidität auf sehr vielen Banken. Und da muss die FED dann wieder einspringen. Was bedeutet das? Sie müssen neues Geld drucken. Am 22.03. wird die FED den Leitzind dementsprechend nicht erhöhen. Ich gehe davon aus, dass die FED sagt, nein, wir werden dieses Mal nicht erhöhen, weil wir uns erst um diese ganze Bankenthematik kümmern müssen. Die traditionellen Märkte pumpen und somit pumpt dann auch unser Kryptomarkt. Und das ist das, wovon ich jetzt erstmal in den nächsten Wochen jetzt hier ausgehe. Und im Moment sind wir wirklich hier genau auf Kurs. Und am 22. wird sich dann entscheiden, ob wir hier wirklich nochmal einen nächsten weiteren Move nach oben sehen. Und das kann durchaus dazu einfach führen, dass die Leute jetzt hier sehr, sehr unsicher sind. Und was machen sie mit den Geldern, was auf der Bank liegt? Das ist das Thema, was man immer im Hinterkopf behalten sollte. Dann bin ich auf die Suche gegangen. Erstmal nach der Liquidität. Wie sieht es im Moment aus? Wir können uns das kurz anschauen auf den kleineren Timeframe. Gehen wir kurz rein. 15 Minuten Chart. Hier siehst du es auch ganz schön. Und zwar weiterhin 25.000 Dollar liegen 723 Bitcoin allein nur bei Binance via Spot. Und dann auch nochmal 915 Bitcoin bei 23.700 Dollar. Also da will jemand, dass der Kurs kurzfristig hier nochmal nach unten geht. Und möglicherweise hier die Liquidität fischt, um dann wieder nach oben zu ziehen. Auch hier 955 Bitcoin lagen bei 23.450. Dieser ganze Block hier unten wurde jetzt hier nach oben verschoben Richtung 23.700. Denn du siehst, hier wurde das Ganze rausgenommen. Also zumindest jetzt kurzfristig gesehen, Liquidität liegt massiv über uns, aber auch unter uns. Und hier der ganze Bereich 25.000 bis 25.500. Da liegen auch wieder 459. Und dann geht es weiter im 50-Dollar-Abschnitt. 280 Coins, 256 Coins, 376, 200. Also da liegt wirklich massiv über uns. Dann bin ich auf die Suche gegangen und zwar war das natürlich sehr spannend, was dann hier gestern dann auch nochmal bekannt gegeben worden ist. Also nämlich CZ hat hier gestern Folgendes getwittert, dass er den Markt mit einer Billion unterstützen möchte mit Bitcoin-Käufen sowie BNB und Ethereum. Und das Ganze möchte er gerne mit BUSD machen. Also sehr, sehr spannend. Und dann bin ich mal hingegangen und habe gesagt, okay, wo sehen wir das Ganze denn? By the way, Telegram, ganz wichtig, da kriegst du alle wichtigen Informationen. Hier sind 11.663 Leute drin. Wir packen hier bald die 12.000-Member-Marke. Also da auf jeden Fall reinkommen. Da findest du alle wichtigen Informationen. Hier brandaktuell, wenn irgendwas passiert, poste ich sofort hier rein. Zum Beispiel auch das Update zu USDC an dieser Stelle. Auf jeden Fall bin ich dann auf die Suche gegangen und habe gesagt, okay, hat denn jetzt hier Binance schon gekauft? Lag es jetzt daran, dass dieser Pump, den wir jetzt hier gesehen haben, lag das jetzt an Binance oder können wir möglicherweise nochmal einen zusätzlichen Pump erwarten? Also bin ich mal auf die Suche gegangen, auf die folgenden Adressen von Binance und bin hier mal zu Adder-Scan gegangen, habe hier mal ein paar Binance-Adressen durchforstet. Und was mir jetzt aufgefallen ist, ist nämlich folgendes und zwar die 1 Milliarde sind noch nicht in den Markt reingeflossen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du nämlich jetzt hier drauf gehst und jetzt hier schaust, was für Token im Moment noch gehalten werden von Binance, dann siehst du nämlich folgendes. Und zwar liegen hier im Moment genau noch diese 1 Milliarde BUSD, die CZ gesagt hat gestern auf Twitter, dass sie die gerne investieren möchten, um den Markt zu stabilisieren mit den Stablecoins und so weiter und so fort. Mit Bitcoin ist sie umkäufen und so weiter, die liegt hier immer noch bereit. Das heißt, diese 1 Milliarde US-Dollar liegen hier immer noch als BUSD hier hinterlegt. Man kann da auch nochmal draufklicken, dann sieht man das Ganze hier dann auch nochmal. Also genau hier liegen diese 1 Milliarde Dollar und da wird es halt jetzt interessant werden, was jetzt hier dementsprechend damit dann passiert. Weil im Moment scheint es so, als würde hier noch nichts eingekauft worden sein. Das heißt, dieser Pump, den wir hier gesehen haben, wo viele dann auch wieder davon ausgegangen sind, hey, das ist jetzt hier durch diese Einkäufe von Binance jetzt hier passiert, wurde nicht von Binance verursacht. Das nochmal als kleine Information für dich. Ich hoffe, dich hat jetzt hier dieses Video weitergebracht und vor allem ganz wichtig, pass wirklich auf. Es ist im Moment eine sehr heikle Phase. Erst wenn wir über die 25.2 drüber kommen, können wir davon ausgehen, dass wir weiter nach oben schießen. Denn auch hier in der Vergangenheit war das immer wieder unser Problem. Wir haben es einfach nicht über die 25.2 geschafft. Und deshalb aufpassen, wirklich vorsichtig sein. Für mich keine Tradezone. Mein Long Trade ist immer noch weiterhin offen. Den habe ich aber schon seit Wochen und Monaten auf. Ja, und jetzt wird es halt wirklich interessant und spannend, was hier mit diesen Vector Candles passiert. Kurzfristig gesehen gehe ich durchaus nochmal davon aus, dass wir hier nochmal durchaus hier nach unten gehen können. Denn so ein Anstieg ist nicht gesund. Da kommt immer nochmal so eine kleinere Korrektur. Am besten wäre hier so eine kleine Bullfleck, die uns dann hier über die 25.2 nach oben bringt. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen. Ich wünsche dir einen schönen Dienstag. Wir hören uns dann um 13 Uhr auf diesem YouTube-Kanal zum Livestream für die Inflationszahlen. Hau rein bis dann. Dein Basti. Ciao, ciao.